Die Niederlande lassen den Asylhammer fallen, allgemein Darkblatt berichtet, damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr erinnert euch noch an den Erdrutschsieg von Gerd Wilders in den Niederlanden. Es ist sechs Monate her, sie haben nun eine Koalition auf die Beine gestellt und als allererstes wird das Asylrecht verschärft. Man will wirklich alle hinauswerfen, man will niemanden mehr aufnehmen und man legt sich ganz gezielt mit Brüssel an. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht, aber gehen wir der Reihe nach durch, was denn hier im Einzelnen geplant ist. Und zwar das gesamte Asyl- und Migrationssystem soll reformiert werden, der Zustrom soll gezielt eingedämmt werden und mit einem breiten Maßnahmenpaket so weit wie möglich reduziert werden, wenn möglich auch auf Null. Das sind die Niederlande inzwischen bereit zu tun. Es ist für die aktuelle Situation hier eine Lösung geboten und da muss man mal sagen, die Politik in den Niederlanden, sie hat endlich verstanden, was das Volk möchte. Das Volk möchte auf jeden Fall nicht, dass es so weitergeht wie bisher. Und in den Niederlanden ist die Situation ähnlich schlimm wie in Deutschland. Man hört es nur nicht in den deutschen Medien. Aber es gibt dort Bandenkriege, es gibt dort Ghettos, es gibt dort Parallelgesellschaften, es gibt dort Kinderehen. Alles, was ihr euch so an schlimmen Dingen vorstellen könnt, haben die Niederlande leider zu bieten. Abschiebungen möchte Gerd Wilders und die Niederlande auch mit Gewalt durchführen. Sie nehmen dazu keine Rücksicht, denn wer sich einer Abschiebung widersetzt, dem ist auch nur mit Gewalt beizukommen. Es ist die Staatsgewalt, es ist derjenige bzw. diejenige im Staat, die Exekutive, die die Gewalt hier auch ausüben darf. Das ist wirklich sehr spannend. Sie möchten sich nämlich hier auch aus der EU-Politik verabschieden. Es soll eine Ausstiegsklausel für das europäische Asylsystem, für das GEAS, für das gemeinsame europäische Asylsystem geschaffen werden. Ob Brüssel dem zustimmt, das ist ungewiss. Aber die Niederländer sagen, wir pfeifen da drauf, wir pfeifen da drauf, wir machen das zur Not. Im Alleingang, wir sichern auch unsere Grenzen und wir kontrollieren ab sofort, wer hineinkommt. Sie wollen hier auch die Anzahl ausländischer Studenten begrenzen. Die muslimischen Gebetsrufe sollen nicht mehr so erlaubt sein, also der Muzin kann wieder einpacken, freitags auf seinem Minarett. Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis wird abgeschafft in den Niederlanden. Befristete Asylanträge und Asylstaaten, also Status, wie man das nennt, werden auch abgeschafft. Man macht hier vor allem ein eiliges Notgesetz, wie das allgemein Dagblatt aus den Niederlanden berichtet. Zwei Jahre lang geht jetzt nichts mehr in den Niederlanden. Keiner braucht mehr kommen, keiner braucht mehr Asyl beantragen. Man will sie alle hinaus begleiten aus dem Land und das ist nur mehr wie richtig. Sie haben mein großes Lob verdient und ich wollte schon immer eigentlich in die Niederlande auswandern. Es ist ja eigentlich zu teuer für jemanden, der aus Deutschland kommt, in die Niederlande auszuwandern. Aber inzwischen sehen wir doch, die Niederlande, sie machen hier ernst. Sie machen das wie nach dem dänischen Vorbild. Sie stoppen die Migration und sie zeigen ganz klar mit dem Finger Richtung Deutschland, indem sie sagen, wir kontrollieren die Grenze zu Deutschland. Und wer meint, er kommt herüber, der wird von uns gestoppt. Ich bin gespannt, wie sie das denn jetzt praktisch umsetzen wollen. Ob sie denn jetzt hier wieder Zäune errichten wollen, richtige Grenzen bauen wollen oder ob sie einfach massiv Personal an die Grenzen schicken. Es ist hier wirklich spannend. Es ist nicht nur die Gerd Wilders Partei, die hier mitmacht. Hier nochmal das Zitat. Befristete Asylanträge werden abgeschafft. Aufenthaltsgenehmigungen werden angepasst. Die Rechtshilfe bei Asylanträgen so weit wie möglich eingeschränkt und bei wiederholten Asylanträgen so weit wie möglich gekürzt. Ihr wisst, das ist das Grüne ihr Lieblingspferd. Jeder in Deutschland hat Anspruch auf einen Rechtsanwalt, auf einen Rechtsbeistand. Und die Grünen, die machen das bei jedem Verfahren. Wenn man vor dem ersten Gericht verloren hat mit seinem Asylantrag, dann geht man einfach in die nächsthöhere Instanz, beantragt hier wieder einen Rechtsbeistand über Prozesskostenbeihilfe. Und das ist ja das Peinliche in Deutschland. Da kommen Leute, von denen man weiß, von denen man wirklich weiß, dass sie überhaupt keinen Anspruch haben. Und der deutsche Staat bezahlt ihnen dennoch den Rechtsanwalt, um sich selbst verklagen zu lassen. Das sind Kosten, die hier aus dem Ruder laufen. Das ist auch Wahnsinn, wie man das den Leuten hier überhaupt in Deutschland noch weiter vermitteln will. Sie machen einfach so weiter. Sie sind die Letzten auf der Titanic, würde ich sagen, die noch die Musik spielen. Die Niederländer, sie haben es kapiert. Die Sozialdemokraten in Dänemark, sie haben es vorgemacht. Herr Wilders hat ja in den Niederlanden darauf verzichtet, der neue Regierungschef zu werden, damit überhaupt eine Koalition zustande kommt. Denn Herr Wilders ist eine umstrittene Person in den Niederlanden, aber er hat hier die Positionen eiskalt durchgesetzt. Auch dass man sich mit Brüssel anlegt, ihnen quasi den mittleren Finger an der Hand zeigt, wenn ihr das so wollt und sagt, es ist uns egal, ob ihr unsere Regeln akzeptiert oder nicht. Wir sind ein souveräner Staat. Und wir entscheiden, wer kommt, wer bleibt und wer von uns finanziert wird. Und da sagten sie auch, es gibt Leute, die brauchen wirklich Schutz und für die müssen wir Platz schaffen. Denn im Moment sind alle da, die überhaupt keinen Schutz bedürfen, sondern die einfach aus wirtschaftlichen Interessen in die Niederlande gekommen sind. Und da muss man sagen, großen, großen Respekt vor den Niederländern. Ich bin gespannt, wie die paar Millionen, beziehungsweise was sind das, 14, 15, 16 Millionen Einwohner in den Niederlanden, wie sie das jetzt praktisch umsetzen. Und ich werde mir das natürlich auch dann selbstverständlich vor Ort anschauen. In die Niederlande fahre ich im August wieder, soweit ich weiß. Letzte Woche habe ich, glaube ich, gebucht und ich versuche jedes Jahr mindestens einmal in die Niederlande zu reisen. Dort gibt es auch schöne Freizeitaktivitäten für meine Familie und meine Kinder. Ich brauche nicht den Coffeeshop in Amsterdam, auch wenn der schön ist. Vielleicht wart ihr ja schon mal da. Es gibt noch ganz andere tolle Ecken von Amsterdam und von Holland allgemein. Ich war noch gar nicht überall in dem kleinen Land, aber inzwischen ist ja die Option, dorthin auszuwandern, nun wieder ein Stück größer geworden. Unabhängig von dem Kostenfaktor ist es wirklich teuer, muss man sagen. Aber wenn hier endlich mal die Leute aus dem Land geworfen werden, die alles blockieren, seien es die Ressourcen beim Arzt, die Ressourcen beim Staat, seien es die Wohnungen, sei es das Geld, was sie kassieren, damit sie ihre illegalen Aufenthalte dort auch noch versüßt bekommen. Es ist wirklich faszinierend zu sehen und ich bin gespannt, ob die AfD hier wieder schuld ist morgen bei Herrn Habeck oder wem sie diesmal den schwarzen Peter zuschieben wollen bei dem Anschlag auf den Ministerpräsidenten. Ihr wisst, wen ich meine. Auf FICO hieß es ja auch, die AfD trage eine Mitschuld. Es ist einfach nur noch grotesk, was los ist und die Niederländer, sie zeigen, wo der Hammer hängt. Sie packen den Asylhammer aus und schlagen einmal kräftig drauf und sagen, Stopp, Schluss, alle raus, alle raus hier sofort und dann schauen wir mal, ob wir überhaupt noch jemanden haben wollen und wir entscheiden das im Alleingang. Keine Quotenregelung aus Brüssel, keine Zwangszahlung nach Brüssel und Brüssel, was sind das überhaupt für Leute, die haben gar nichts mehr zu entscheiden, wenn es nach den Niederländern geht. Ich bin gespannt, wie groß dieser Streit hier wird. Ich bin vor allem gespannt, ob in Deutschland überhaupt jemand darüber berichten wird oder ob es wieder heißt, die Rechtspopulisten in den Niederlanden sind jetzt zu Unmenschen mutiert, die den Menschen das Recht auf Asyl absprechen. Und da muss man klar sagen, das machen die Niederländer nicht, sondern sie sprechen klar aus, was wir alle wissen. Es sind Menschen, die kein Anrecht auf Asyl haben. Die Menschen, die wirklich Anrecht auf Asyl haben, weil sie politisch verfolgt sind, das wäre Edward Snowden, das wäre Julian Assange. Sie lässt man einfach versauern dort, wo sie sind und wirft sie den Wölfen zum Fraß vor. Julian Assange soll jetzt in die USA ausgeliefert werden, um über Hund Haft zu kassieren. Es ist einfach nur peinlich und grotesk. Die Niederländer, sie gehen hier vor und da muss man mal sagen, die Niederländer sind sowieso ein cleveres Völkchen. Ihr wisst ja, sie liegen eigentlich unterhalb des Meeresspiegels und pumpen schon seit Jahrhunderten das Wasser ab und sagen, wir trotzen der Natur, wir trotzen auch im europäischen Asylsystem und vor allem, wir haben Frau von der Leyen überlebt und jetzt packen wir mal den Asylhammer aus. Wie findest du das? Ich denke, du findest das gut. Gut, schreib mir das unter das Video, gib einen Daumen hoch, lass ein Abo da und vor allem schicke das an jeden, den du kennst. Schicke das vor allem an die Leute, die glauben, dass man das gar nicht abschaffen kann. Auch die Rechtsbeihilfe bei Asylanträgen, man kann alles abschaffen, wenn man möchte, denn man ist ja gewählter Politiker, der dafür da ist, Gesetze so lange zu ändern, bis das Volk zufrieden ist. Und wenn es nicht passt, ja, es gibt auch einen nationalen Verfassungsgerichtshof in den Niederlanden, aber ob die da einschreiten werden, ich bin gespannt. Ihr habt gesehen bei Ritchie Sunak in London, sein Ruanda-Versuch wurde erst vom Highcourt abgelehnt und dann hat er so lange dran rumgeschraubt, bis man es ihm nun zugestanden hat. Die Engländer, sie fliegen ja jetzt auch freiwillig die Asylanten aus nach Ruanda und sagen, schön, dass ihr da weg seid, wir seid nicht mehr unser Problem. Es geht zwar am Ende um Menschen, das will ich gar nicht absprechen, aber es geht hier vor allem auch um Menschen, die rein aus wirtschaftlichen Interessen versuchen, in die Kassen unserer Staaten zu greifen und dass wir da einfach dann sagen, nein, das ist mein Portemonnaie, geh weiter, das ist nicht mehr als nur gerecht. Ich bin gespannt auf deine Meinung, schreib mir mal einen Kommentar, bis bald.